Können Sie sich, liebe Zuseher, noch daran erinnern? Mehrfach erklärte Bayern in den letzten drei Jahren Österreich zum Hochrisikogebiet. Einreisende aus einem Hochrisikogebiet schickte der Freistaat zeitweise automatisch für zehn Tage in Quarantäne. Zehntausende Berufspendler waren von dieser Corona-Schikane betroffen. Jetzt, wo es niemanden mehr betrifft, hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof die Corona-Einreisequarantäne für Reisende und Berufspendler aus dem Hochrisikogebiet Österreich und anderen Regionen im Nachhinein für unwirksam erklärt. Eine böse Schlappe für die Wächter über die Corona-Maßnahmen. Laut Höchstgericht habe die Einreisequarantäne die Freiheitsrechte der Einzelnen unzulässig beschnitten. Sie sei sogar willkürlich gewesen. Das Gericht ließ eine Revision zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zu. Sollte das Urteil halten, könnten sich daraus für Betroffene Schadensersatzansprüche ableiten, weil sie zu Unrecht in Quarantäne geschickt worden waren. Und das ist auch gut so. Menschen, die zu Unrecht eingesperrt wurden, müssen auch eine Entschädigung bekommen. Aber was ist mit jenen, die diese vollkommen sinnlosen Maßnahmen eingeführt haben? Müssen diese mit Konsequenzen rechnen? Wohl eher nicht. Zumindest ist darüber nichts im Urteil zu finden. Daher ist es umso wichtiger, dass sowohl in Österreich als auch in Deutschland eine umfassende Aufarbeitung der letzten Jahre passiert.